Die Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg bietet während der Herbstferien erneut ein Schnupperstudium für Schüler an. Im großen Hörsaal fand am Montag der Auftakt der fünftägigen Jugend-Uni statt. Zu den Themen der Vorlesungen in verschiedenen Fachbereichen zählen in diesem Jahr neben Edelsteinen auch Gentechnik, Antike, Anarchisten oder Drogen. Ziel der vom Verein Jugend-Uni veranstalteten Reihe ist es, Bildungsbarrieren zu senken und Schüler bei der Studienauswahl zu unterstützen.